Hier kann dir einfach die Wange hinstehen, den Druck könnt ihr selber steuern, je nachdem ist der, das hier drin liegt, und dann könnt ihr einfach das genau gleiche probieren, hier auch zu machen. Die Pünftgöcke raussuchen, könnt ihr reinmassieren und wartet bis sie so groß ist. Diesmal nehme ich lieber diese Rolle hier, eignet sich ein bisschen besser für mich als diese, weil ich ein bisschen mehr muskelflächig abdecke. Ich nehme die Rolle wie den hinteren Rücken, mein nächstes mal nicht zu weit unten, probiere schön Druck drauf zu geben, suche mir die Hünfte raus, mit dieser Rolle geht es noch ein bisschen besser, probiere schön reinzulassieren, bis sie sich lösen, und dann kommt immer dran, schön reguläßig schnumpfen und wixverfahren.